So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir waren gerade noch speisend im McDonough am Mittwochabend nach der Raid Mania, bevor es morgen zur Meile geht und plötzlich taucht ein neues Event auf. Trainer helft Blanché beim Event, ein weiser Held. Oder sagt man Blanche? Ich weiß es nicht, Thomas, wie sagst du? Blanche. 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 Und da ist ein Labras abgebildet und jetzt seht ihr das Team Blau-Logo, was natürlich jetzt drauf schließen lässt, dass wohl sicherlich auch Team Rot, Team Gelb dann was bekommt, mit einem speziellen Pokémon in den Vordergrund geruckt. Und ja, ist jetzt erstmal nichts Besonderes. Ihr werdet das gleich sehen. Es gibt halt einfach eine Spezialforschung irgendwie. Hier steht, ein weiser Held. Von Donnerstag, dem 13. April, 10 Uhr. Bis Montag, den 17. April, 20 Uhr. Also Donnerstag bis Montag übers Wochenende hin. Doppelte Entwicklungsep, 3 stündige Dauer aller Lockmodule während des Events und 2 garantierte XL Bonbons für das Entwickeln von Pokémon. Spezialforschung ein weiser Held. Auf euch wartet eine Spezialforschung mit Blanche. Als Belohnung für den Abschluss der Spezialforschung könnt ihr Labras mit einem Accessoire im Stil von Blanche begegnen. In dieser Jahreszeit ist das nur auf diese Weise möglich. Heißt das jetzt, es ist außerhalb dieser Jahreszeit dann wieder möglich, aber in dieser Jahreszeit nur auf diese Weise. Da ist wieder viel Raum für Spekulation. Und wenn es eine Forschung gibt und am Ende der Forschung gibt es ein Labras, das heißt, das ist ein ultra seltenes Shiny, weil wahrscheinlich dann man nur einmal die Chance hat. Und entweder ist es ein Shiny Labras, was da rauskommt, oder ist es eben kein Shiny Labras. Labras ist auf jeden Fall ein sehr cooles Pokémon, gefällt mir sehr gut, war das letzte Pokémon von Generation 1, was ich damals gebraucht habe. Und Shiny sieht natürlich auch nett aus, hat jetzt hier also diese Schleife im Haar. Labras bräuchte ich auch noch XL Bonbons. Am besten ich entwickle meinen es dann, damit ich zwei garantierte XL bekomme. Geht ja gar nicht, ne. Ansonsten Pokémon bei Feldforschungen. Auf euch warten Aufgaben rund um das Entwickeln und Fangen von Pokémon. Als Belohnung für den Abschluss dieser Feldforschungen könnt ihr Staub und Entwicklungseitems erhalten. Es wird auch wieder eine befristete Forschung geben. Während des Events läuft eine befristete Forschung mit einem Magnetmodul als Belohnung. ist ja sehr nützlich für manche Pokémon, die man damit entwickelt. Aufgepasst! Spezialforschung für diese Jahreszeit ein Alltagsheld. Während Jahreszeit 10 aufsteigende Helden ist eine kostenlose Spezialforschung verfügbar, helft Professor Willow und macht euch auf spannende Entdeckungen gefasst. Die Spezialforschung ist bis zum Ende von Jahreszeit 10 am 1. Juni 23 um 10 Uhr verfügbar. Die konnte man natürlich schon anfangen die ganze Zeit. Die hat dann gestockt, weil man da nicht weiterkam. Das ist eigentlich schon alles, was es jetzt hier auch noch zu beachten gibt. Also ich hoffe, ihr habt natürlich eure Alltagsheldforschung mit Professor Willow schon angefangen. Befristete Forschung, ihr habt das ganze Wochenende Zeit. Das wird sicherlich auch nicht so viel sein. Ihr könnt ein paar neue Feldforschungen dann machen. Und ansonsten könnt ihr ein bisschen entwickeln für die EP, was euch einen guten Boost gibt. Und kriegt dabei gleich auch noch Bonbons, XL Bonbons. Wer da noch Bedarf hat an irgendwas, Logmodule 3 Stunden. Ist an sich unspektakulär, muss aber gesagt werden zur Vollständigkeit. Und ich bin mal gespannt, wer ein Shiny Labras mit Blanchet Accessoire bekommt und wer nicht. Oder wer ein Hunderter bekommt. Und ob man das wirklich später nochmal neu dann kriegen kann. So, alle sind bereit hier. Gleich kommt Wrestling. Das war es von meiner Seite aus. Was sagt ihr dazu? Mal gucken, was die anderen dann so bringen. Blau, Labras, Team Blau. Kommt irgendwas Elektrisches bei Team Gelb? Kommt irgendwas Feuriges bei Team Rot? Was sind eure Tipps? Was denkt ihr? Was können sie da für Pokémon reinbringen? Oder ist immer ein Labras dabei und hat nur ein anderes Accessoire am Kopf? Das glaube ich aber nicht. Das war es jetzt. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.